die zeit verlängern ich schaff's auch nicht irgendwie ganz oben auf die heißkulisse zu kommen das kannst du eigentlich das kannst du komplett vergessen dauert noch ein paar jahre habe ich erst mal geeiert und dem müsste ich eigentlich später also ihr seht schon da ist ein bisschen taktig hinter ja alles klar er ist dabei wahrscheinlich gibt es hier noch mehr nur ich habe mich entdeckt jetzt muss ich noch mal ein bisschen gegen tockern ich habe schon einige von der liste geprüge ich habe schon einige von der liste geprüge die flöten nein das hätte ich wieder später ballern sollen verdammt und kriege auch noch minus punkte manchmal ist doch eindeutig getroffen ich treffe trotzdem nicht das kann auch auslaufen ach genau umso mehr ich schieße umso mehr momo da kommen glaube ich auch mal lieber das das wird gefährlich nein sie war ja bald die scheiß fliegen online jetzt habe ich ultra viele punkte gemacht alle wieder verloren so weit die fliegen zu spät ausgelöscht habe weil ich es nicht registriert habe ich wäre so ultra weit vorne gewesen das probiere ich deswegen gleich nochmal aus so und den lasse ich dann mal ein bisschen schon rummeiern so das ist schon ein bisschen zu laut die ist ja genau richtig gemacht 35 punkte noch zu kommen scheiße nicht nachgedacht das ist schon wieder fast zu laut was die da veranstaltet nein da kriegt man auch minus punkte das sind eben so ganz viele sachen die man erst während dem spiel äh registriert oder oder beigekriegt bekommt JA habe ich es mal geschafft doppel kill man mit dem scheiß manchmal sind die Typen auch unkillbar viel zu wenig punkte eben war das viel besser warum sind die eigentlich alle gekommen ich habe das voll nicht verstanden warum die plötzlich dann alle kommen wahrscheinlich war das mit dem vielen ballern denke ich dass ich die ganze Zeit einfach so am rumballern war und dass das die dann alle gekommen sind und dass das die dann alle gekommen sind oder umso fällt und das die dann auch noch ein bisschen die ist ganz einfach verstehe ich das nicht weil ich die eigentlich denke ich dann treffe ja ein bisschen zu laut jetzt gerade aber am besten wenn man sie am kopf trifft dann sind sie auf jeden fall tot glaube ich wieder ins auto reingeschrieben drecks hühner die dann plötzlich sich in eine andere richtung umdrehen ja man da bin ich noch mal da bin ich noch mal da bin ich noch mal nach oben gestiegen ich denke das reicht jetzt als einblick in das spiel vielleicht gibt es dann noch mehr sachen die man nicht denken kann wenn ich was entdecke dann meine noch ein kurzvideo rein oder noch mal ein glas längeres mal gucken und das war das mit der chilligen musik ach ja in dieser morgen x extra version oder xxl version aber auch noch so ein geiler ganz geiler aufkleber drin ok ich glaube das reicht jetzt scheiße ich habe nur version 1.0 ich suche mal im internet ob es eine aktuellere gibt und ob da noch mehr maps drin sind das werde ich dann später dann noch mal zeigen und schüss